Oha, das wird lustig. Ich merke das schon. Naja, sollte aber laufen. Jetzt warten wir noch auf Leona. Oh, 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 das wird lustig. Äh, auf Wayne warten wir, sorry. In der Zeit schütte ich mir nur was zu trinken ein, aber Wayne sollte auch gleich fertig sein. Erstmal einen schönen schaumigen Apfelsaft-Zwinker-Zwinker. Schaum, löst dich auf. Los. Schneller. So, da geht's los. Jetzt erst natürlich der Coup und Boots und Tots. Wenn ich wirklich gegen Timo spielen sollte, wird das echt lustig. Irgendwas in der Nähe von Trash-Laternen. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Oh, so, da fängt mit falschen Runen an. Eigentlich müsste ich jetzt schon die erste geplantet haben. Okay, jetzt fängt er an. Bisschen spät, würde ich sagen, aber... Okay, ich hab's schon bei 55 angefangen. So, nach dem Cover kann ich dann auch gleich hoch. Ohne Smile-Joko. Ist verständlich. Er hat seine... Boxen, kann dafür auf England und Rüstung gehen. Was die ganze Sache natürlich wesentlich einfacher für ihn macht. Ich bleib' auch schön hier bis 55. Und gehe jetzt mal hoch. Ja, den hat er doch wohl sicher, den Pool. Und Timo top. Ja, schön. Kann ich hin. Oh, ich mag dieses neue Gold-Design nicht. Ich hab's vergessen, was war's in der Nähe von Trash-Laternen. Nein. Das hat verfehlt. Okay. Mist. Ich dachte, ich treffe ihn noch, aber... Mist. Ach, noch bekommen. Timo fehlt schon das erste Mal. Gleich erst mal meinen E-Skill geholt, den Escape. Ah, da ist er wieder. Okay. Somit hab ich jetzt schon mal einen kleinen Level-Vorsprung. War ja klar. Ich probier' noch gar nicht Timo anzugreifen, solange er nicht aggressiv wird. Werd' ich's auch nicht. Jetzt hab ich ihn getroffen. Das hat ihm auch mal gemacht. Die Minion krieg' ich nur zum Teil. Okay, jetzt fehlt er wieder. Ja, nice. Das gegen Leblanc, das ist schon mal sehr schön. Wenn ich das jetzt so halte. Der war gar nicht Leblanc. Egal, Doppeltötung. Sehr schön. Jetzt hab ich ihn schon wieder getroffen. So. Timo fehlt mal wieder so halb. Wo auch immer er gerade ist, das gefällt mir nicht. Der wird doch nicht echt schon weggegangen sein. Tatsache. Der wird noch Spaß mit mir haben. Wird er sich raus trauen? Ich hoffe es doch. Ich würde jetzt nicht so viele Minions ziehen lassen. Naja, traut sich nicht. Tatsache. 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 Nein. Nein. Wie wird's gefällt? Egal. Mist, 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 Mist. So sollte das Ganze jetzt nicht ablaufen. Dabei ist too greedy. Fiete ist uncool. Hat die Muster für outfarmt. Ach, Mist, jetzt hab ich ein Wort vergessen. Das ist natürlich sehr doof. Was hat er jetzt? Oh, er geht auf Hard AP. Ach, Mist. Ach, Mist. Ach, Mist. Ach, Mist. Ach, Mist. Was ist's? Eigentlich müsste ich echt weg. Aber ich hab nur meinen Flash und meinen E. Mist. Also nicht Mist im Sinne von Mist, sondern Mist im Sinne von nicht getroffen. Flash Wasted. Lass mir nur Pots reinknallen. Lass mir nur Pots reinknallen. Hm. So geht nicht mehr und Timo pushen lassen. Oh Gott. Oh Gott. Ich denke mal, er wird gleich rauskommen. Neptpe. Oh. Oh Gott. Okay. Mist, Mist, Mist. Jetzt habe ich drei Worts oben. Timo pusht noch mal. Ich stehe jetzt mit 0-2, da ist nicht so cool. Mein letztes Game hatte ich 6-2 oder 7-2, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe ganz sicher nicht irgendwo rein. Ich bin ein Eis geworden. Jetzt kann ich auch mal wieder zurück. Und hol mir Timurchen. Boah, jetzt kommt so langsam der Damage Output. Ich hab's vergessen, dass es war. Ich hab's vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geht Timo back Meine Chance, dies ebenso zu tun Kriegt Schakowain noch? Ja, das sollte Was, der hat mich ein Gold mit dem Fahnen nehmen? Sie hat mich schon eingeholt, aber nicht überholt Was, der hat mich schon eingeholt? Gut Jetzt ist es richtig bescheiden. 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 Jetzt kann ich auch mal ein bisschen pushen. Jetzt ist es richtig bescheiden. Jetzt ist es richtig bescheiden. Jetzt ist es richtig bescheiden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, jetzt höre ich mir erstmal Road of Ages. Ich darf Timo einfach nicht fahren lassen. Jetzt ist es richtig bescheiden. Ich kriege das jetzt schon für die Maske. Jetzt ist es richtig bescheiden. 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 Jetzt frage ich mich wo Hecarim ist. Jetzt frage ich mich wo Hecarim ist. Ich weiß, wir haben Drake. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben Drake. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. 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 Wir können keine Lawinen aufhalten. Ich bin nicht so zufrieden. Es ist nur ein Schlag. Für Kälte habe ich bereits gewonnen. Ich bin nicht so zufrieden. Ich bin nicht so zufrieden. Oh, ich habe wirklich noch einen Kill bekommen. Keiner kriegt die Leblanc, doch schock auch schön. Ein Kill, yay. Party. Sollten sie gucken, dass sie in den Hibbit... Ach nee, war es auch da, okay. Zu dritt ist das ein bisschen hart. Am nächsten 2. gerade war zu wunderbar abkämt Platz nicht. Das ist natürlich auch sehr schön. 1-10, okay, ist echt wett. Okay, Schocko schafft das. Später wird Hydra. Ja, nice. Das ist Arie tot. Fail. Fail. Die Wächter werden zurück. Die Farben stehe ich mal am besten mit da. Ja. Ja. Nice. Vielen Dank. So, wir sind schnell in den Hebetor. Da können wir es jetzt auch bald schon beenden. Und damit sollte es jetzt auch eigentlich durch sein. GG war nicht mein bestes Spiel mit 1-3-3, aber immerhin gewonnen. So Leute, das war mein drittes Let's Play bei Let's Watch Game Day. Und ich hoffe, wir sehen uns beim vierten wieder. Horridom bis denne, Leute. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.